Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Aus regionalen Zutaten traditionell hergestelltes Brot ist heutzutage fast schon eine Seltenheit. Der Kulmlandbäcker in der Oststeiermark hat sich genau darauf spezialisiert. Nicht nur das saftige Brot aus Natursauerteig und das knusprige Gebäck werden hier von der Juniorchefin und Bäckermeisterin mit ihrem Team in Handarbeit gefertigt. Auch fabelhafte Mehlspeisen, Torten und saisonale Produkte wie Osterpinsen, Allerheiligenstritzel, Krapfen und Kekse entstehen in der Backstube. Das modern eingerichtete Kaffee lädt dazu ein, von morgens bis abends gemütliche Stunden zu verbringen. Sei es beim Frühstücksbuffet, auf Burger und Pizza für den größeren Hunger oder zu Kaffee und Kuchen. Am Sonntag können Sie sich bereits frühmorgens wieder mit frischem Gebäck eindecken. Der Kulmlandbäcker – traditionelle Rezepte und beste Zutaten, gewürzt mit einer ordentlichen Portion Freundlichkeit.